»Wie kamst du denn nach Stein am Rhein?«, fragte Agnes. »Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass mich in Basel nichts mehr hielt, aber an dem Fluss, den ich in Basel so liebte, wollte ich bleiben. Und so griff ich zu, als ein befreundeter Anwalt in Stein am Rhein aus Altersgründen seine Kanzlei aufgab. Das ist in Kurzform meine Story. Eine Frau habe ich nicht mehr gefunden, und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht an mir liegt. Meine Freundin ist sozusagen mein Boot, mit dem ich so oft wie möglich meine freie Zeit auf dem Rhein verbringe. Und dann, liebe Agnes, sehe ich auch deinen Sonnenuntergang. Siehst du, Reto, so wie man in die Vergangenheit einsteigt, steht sie mit ihrer Energie wieder auf und tut weh. Nein, Agnes, der Schmerz ist vorbei, sonst hätte ich dir die Geschichte gar nicht erzählen können. Jedenfalls danke ich dir für dein Vertrauen. Irgendwann werde ich dir meine Geschichte erzählen, die auch mit einem verheirateten Mann begann. Es sieht ein bisschen so aus, als wären wir beide am Ufer des Rheins gestrandet. Ha, das sieht nur so aus, entgegnete Reto humorvoll. Ja, du hast recht, sieht nur so aus. Es ist das Beste, was mir passieren konnte. Nach meiner Zeit in München habe ich eine Weile in Ermattingen gewohnt. Aber durch meinen Schwiegersohn, der in Stein am Rhein alte Häuser modernisierte, kam ich in dieses Haus. Und wie kam dieser Schwiegersohn zu dir, oder besser gesagt zu deiner Tochter? Ha, das ist eine komisch-tragische Geschichte. Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Vor 20 Jahren stellte ich auf der Messe in Frankfurt mein erstes Buch vor. Ich ging von Verlag zu Verlag, schaute mir die Bücher an und hörte Lesungen. Es war aufregend. So kam ich auch zu einem Stand eines Schweizer Verlags, wo Sergio Convali sein Buch über Architektur präsentierte. Das Buch interessierte mich, denn es handelte davon, wie verschiedene Religionen die Bauweisen verschiedener Länder beeinflussten. Einflüsten